Ah, Mann, deswegen wollte ich doch nur zu zweit in den Urlaub. Ich weiß doch, was kann ich dafür, wenn seine Eltern in der Friede zubuchen? Ja, aber können wir nicht wenigstens alleine an den Strand? Ja. Bro, versteh mich nicht falsch, aber nur wir beide Cousins sind, müssen wir nicht alles zusammen machen. Das heißt? Lass mir in einmal einfach ein bisschen privat werden. Okay. Neon! Kannst du mir die Sonnencreme geben? Hätte ich doch nur Lust, wie? Oh nein! Okay.